hau di volks und willkommen zurück zu coral island heute bauen wir unsere hütte aus riesen vergessen haben menschlein kann nicht betreten dort zum dorf kommen ich öffne nur menschlein sei gegrüssig würde ihnen gerne eine idee zu lokalen produkten unterbreiten treffe sie mich im gemischt warenladen wenn sie zeit haben informationen verbreiten sich auf dem archipel schnell du hast ein auge für schwer zu besorgende dinge wenn ich seltene funde liefern kann der leuchttung dienstag donnerstag und freitag nach sonneuntergang um diskretion wird gebeten ich mit sein und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe gesehen, dass einer der Starker nicht mehr in der Höhle ist. Zu Hause hätte sich der kleine Kerl zu einem Spaziergang entschlossen. Ich umgebe mich gerne mit Hirnverlami, dieser süßen kleinen Ente. Von Bucket ist ein glücklicher kleiner Kerl. Und das ist ein glücklicherweise. 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 Die Höhle ist gerade noch interessanter geworden, nicht wahr? Aber ein geheimnisvolles Tor öffnete sich und eine Statue verschwindet. Du kannst dieses Recyclingzentrum nicht verwenden. Und das ist ein glücklicherweise. 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 します Und das war scheinbar. Es ist ein glücklicherweise. Die Bambusbrusse haben sie so. Ich verliessereso. Und er kommt... Ich mache die Bäume um, die wachsen mal wieder. Es gibt viel, das wir unseren Kindern beibringen können. Kleine Dinge, die wir als ihre Eltern tun könnten, für sie zur Gewohnheit werden. Ich kann heute gar nicht aufhören zu reden, gerade ist eine grosse Bestellung reingekommen. Hausaufwertung. Fantastisch, vielen Dank, ich werde gleich morgen früh loslegen. Ich sollte in ein paar Tagen fertig sein. Stolz. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und steil große Barren und Fasern Sieht so aus, als wäre das Wassertor jetzt offen Ich weiss nicht, wie du das angestellt hast, aber gut gemacht Das Zeug, das du dort unten abbauen wirst, ist besser Aber treff vorsichtsmaßnahmen, die Monster sind auch stark Ja, ja Ja, wenn wir schon da sind Psst, Menschlein, hier Ihr Menschlein Komm, komm, Häuptling vergessen, Menschlein nicht können gehen im Dorf, die Wiese Also grob, öffnen weg für Menschlein Hm, Menschlein nicht kann zuschauen Menschlein gehen zurück Nicht genug Menschlein Augen schliessen muss Menschlein, das hat Augen offen Ich hatte sie am Schluss offen, tut mir leid Hm, ok, grob trotzdem geschafft Also ich schätze, nicht so wichtig sein Ganz offen jetzt Menschlein kommt mit grob Dieses Haus trock Dieses Wasserriesenhaus Dieses Häuptlingshaus Dieses Windriesenhaus Dieses Dieses Haus von Häuptling wird es offenbaren Grock sagen nichts, sehr traurig Ah, grock vergessen Hier grob kann helfen, Menschlein Bring Werkzeuge zu grob und grob machen besser Aber wenig nur besser Mehr stark brauchen Der Riese Ok, das alles Komm, komm, Menschlein Äh, verschaffen Zugang zu Riesendorf Verzauberung Verzauberung verleiht in deinem Werkzeug und Waffen besondere Effekte Um den Verzauber zu gehen Wähle eine Waffe oder ein Werkzeug aus Erziele eine passende Menge an Edelsteinen, Artefakten oder fossilen Um die Verzauberung zu verstärken Entscheide welcher Zauber du auf dein Werkzeug oder deine Waffe haben möchtest Erziele eine Waffe Aus dem Grog Danke, dass du Abend gebreit Befreit, Grog, Menschlein Grog, danke, Menschlein Doppelt soviel Herz zu schürfen! Ich schaffst eine Geode hinzufüllen. Ich schaffst eine Geode hinzufüllen. Das Haus des Häuptlings! Du schützt diese Anklung und es macht schöne Geräusche. Ich schaffst eine Geode hinzufüllen. Der Häuptling. Wenn er an Tools in Center Temple. Wie Enchant Tools in Giant Magic Connect to Earth with this. Das ist eine schöne Fruchtzeit. Wollen bedanken beim Menschlein. Das macht Kokos nicht sehr gut. Eine Einmärkte. Das war's. Das war's. Das war's. Ich schaffst das. Also bekannte Kino. Die Kino. Das war's. Das war's. Das war's. Der Schwung ist abgeschlossen. Das ist interessant. warte bis ein fish anbeißt scheiß makrele Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Verdiweil! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Es braucht so viele Dokumente für diese Arbeit. Ein Bericht nach dem anderen. Ich glaube, daran gewöhne ich mich nie. Das gehört wohl zum Job. Ich kann mich nicht beklagen. Ja. Oh, komm später in der Bibliothek vorbei. Wir haben gestern ein paar Ärztezeitschriften bekommen. Ah, verflixt. Das geht nicht. Ich muss in der Mittagspause ein paar Einkäufe erledigen. Uns ist übrigens das Essen ausgegangen. Brauchst du was von Sams Laden? Nein, danke. In Ordnung, dann bringe ich hier die neuen Zeitschriften mit nach Hause. Bis heute Abend. Das war's für heute Abend. Das war's für heute Abend. Das war's für heute Abend. Wenn du dich für Aliens interessierst, hast du dieses Buch von Professor Kelp lesen. Er hat interessante Theorien. Herrlich Kokosmus geben. Die Köstlerhaus, danke. Von meinem Arzthermen zum Mittag zwischstück nur wenig. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Was darf es denn für dich sein? Ich lasse mein Boot nicht gehen alleine. Äh. Was für ein wunderschöner Tag. Das war's für heute Abend. Da ist glaube ich schon noch ein paar Boxen drin. Na, hm? Das war's für heute Abend. Ich glaube schon noch ein paar Boxen drin, hm? Ich glaube schon noch ein paar Boxen drin, hm? Ich glaube schon noch ein paar Boxen drin, hm?